ja nur fleisch ich überlege wo ich angefangen habe da war fleisch gold gold wert ja guck mal hier ist eine feuerstelle lass mal ganz kurz braten okay oder wie viel wie viel fleisch hast du im inventar also geraten ist 13 ich habe 25 weiß nicht wie weit das da reingeht also ich würde ganz kurz braten ja mach ich natürlich kein holz denn die nur ist bestimmt genug holz könnte man auch mal nach meiner ist nämlich sogar schon fast fall da muss ich mal ein paar werden wieder rausschmeißen mich wundert dass man nicht mehr z jetzt kann das wäre gut das wäre richtig gut habe ich nämlich probiert geht nicht wie schon wieder das fleisch nicht stapeln kann ach so geht er nur maximal 20 ganz vergessen folgt mir zimmer selbe following die nur rausfliegen sieht aus als würde die auskotzen hier sieht man ich wusste es ich stelle mich hinter mein dino und der kackt mich an hier sieht man wie er zusammengenäht wurde glaube ich hier ist die die linie dieses jetzt habe ich oder du bild durch die gegend kann wird man ein bisschen den wasserschlauch noch auffüllen kann ich aber bestimmt auch noch welche kräften kann man dies decken denen leider nicht ich glaube ich kräfte mir auch noch mal ein hast du alles zum kräften was du brauchst ja ich habe das noch nicht mal gelernt glaube ich ja dann kräfte ich auch noch mal zwei mit bist du erst level 21 und ich bin level 9 was 7 ja aber überlegt dass wir beide gleichzeitig angefangen haben ja ich habe heute auch sehr viel langweil ich bin heute von danke ich glaube ich habe heute zehn level gemacht nach 10 meine güte ach so und ich habe unseren schweipendelpointer exception umbennert falls du so nicht gemerkt hast Toll ey, schön nerdy Lass uns das Ballen nicht wegschmeißen, das brauchen wir jetzt Das brauchen wir nämlich für die Narkotiks Okay Ohne nehmen wir auch noch mit Fangen wir nochmal zur Sicherheit ein paar Speere Fiber, warte mal, mein Dino ist doch voll mit Fiber Fragst du dich eigentlich auch, wo der das alles lagert? Denk ich nicht, ich bin froh, dass er das kann Hinterfrage ich dann nicht Er ist doch nicht voll mit Fiber, verdammt Fiber musst du selber sammeln Wenn du zurück in die Base läufst, da liegen ungefähr 2.000 Fiber drin Ja, ich geh mal schnell Ich bin gleich wieder da, ich reite schnell hin 30 Minuten später Ja, ich sammle natürlich mit Fiber kann man eigentlich immer gebrauchen Ich hab für die Sättel habe ich 200 Fiber bezahlt Das geht da aber noch Obwohl, wenn man es selber sammeln muss, ist es immer ein bisschen freudig Naja, ich hab ähm, als ich die ähm Oh, da vorne ist ein Raptor Also, pass auf Du bist jetzt verwundbar Sterblich Nein! Ähm Als ich die beiden betreibt hatte, bin ich mit relativ wenig Oh, jetzt ist er bei mir Hi! Du hast gerade einfach mal so ein Raptor getötet? Ja! Wie denn das? Ach, die halten gar nicht so viel aus Oh, warte mal, der hat ein Inventor Halt ihn nicht so viel aus, die teilen aber ganz schön aus Ja, das hat er nicht geschafft Ich hab äh, ich hab hier so ne ähm Guckst du? Oh, du hast schon ne Mörderpike Alles klar Ja Die hab ich aufgesammelt Auch aus so nem Inventar hier Aber der hatte leider nur Pfeile dabei Pfeile sind auch nicht schlecht Ja, das stimmt Hab zwar noch keinen Bogen Du wahrscheinlich auch nicht Doch, ah fuck Der Bogen liegt in der Base Wir hatten da zwei Aber den einen hab ich verloren Als ich irgendwie mal drauf gegangen bin Wobei ich das immer noch nicht verstehe Wie ich drauf gehen konnte und du nicht Wollen wir meinen erklären Aber Vielleicht war die du danach satt? Leicht Ach, hast du noch Fiber? Ja, ja Und ich komme Ich habe 80 Stück Oh, das wird reichen Danke Spere Reicht Könnte vielleicht sogar für Level abreichen Äh, ne Wer nicht So, mal gucken was der Grill sagt Der Grill sagt fast fertig Wollen noch 30 Millionen Fleisch Ja Also von mir das können wir jetzt mal weiter Ich denke mal das was wir haben reicht Ich glaub dir die meisten Fleisch die da drin sind Dann geht's auf Ich hab jetzt Insgesamt 20 auf Lager Mal die will ich nochmal repären Hier hin Ach, scheiße, kann ich auch nicht repären Ich hab 30 Steine Mit Sollen wir hier nochmal schnell 3-4 Steine auf Wollen immer gebrauchen Vielleicht finden wir unterwegs noch einen Bogen Wir haben halt etwas Glück Ich wusste gar nicht, dass die Dinos auch so einen Scheiß mit haben Ja, das habe ich irgendwann mal festgestellt Als dann da stand irgendwie Press E Um das Inventar Inventory da zu greifen Und dann hab ich das mal gemacht und dann Uh, cool So hier quer fest Also tendenziell D mit einem hohen Level oder sowas Vielleicht So unter dem Motto haben sie es so eingebunden Wenn sie irgendjemanden erledigen von den Spielern dass sie dann praktisch das Inventar ein bisschen mitlooten Ne das glaube ich nicht, so viele Leute sind hier nicht die sterben Ja Also gerade bei so einem Raptor Prinzipiell halt So könnte man jetzt hier mal in nach drinnen reiten Ja Aber das ist super, weil es nämlich auch gerade regnet Ja Da haben wir erstmal ja keine Weile kein Wasserproblem Ja Schon wieder? Oh hier Access Inventory Steinpfeile und irgendwas Gewürze Gewürze? Oh hier Acht mal Schettin Geile Scheiß Ahhhh Der Regen ist weg Schade Schade Oh die Sonne geht unter Uh Sweet Sweet Ein Bausparvertrag Ja ist auch so ein Aus so einer Verarsche von Avengers Also ich bin dafür, dass wir es gehen erstmal alles ins Tamina Und nicht auszuhalten Bist du eigentlich, bist du hinter mir? Ja Da kommst du angerannt Ich hab Ich hab an einem Stein festgehangen Ja super Da hab ich mir da unten noch einen dritten Wassersack gecraftet Und eh nicht vollgemacht Das ist natürlich clever Ja Ich hab mich gerade mit dem Baum erschlagen Ja Hab nicht wehgetan Also ich wette mit dir, dass unter diesem Teil 30 Hütten stehen oder so, weil alle sich gedacht haben, komm lass mal da hingehen Was noch im Schirm, wo wir hin müssen, ich sehe es nämlich gerade Ah Schräg links Ja Ah Ja, das ist so ein richtiger Pylone Was? Das fliegt halt, ne? Ja, einer von diesen fliegenden Dingern Ja, ja, ich dachte, das wäre was anderes Oh, das ist da schon wieder alle Alter Hier ist gerade einer vorbei geritten Hast du das gesehen? Ja Hab doch Die Viecher sind wirklich schnell Ja Kommen wir nicht hoch Und dann ist eine schöne Berses mit Wasser Obwohl das könnte auch noch der Fluss sein Fluss aus Stücke Weg ist noch, glaube ich Kommen wir nicht rüber Hm Da wieder runter? Ja, ja Oh, meiner slidet Ja, meiner ist auch kurz mal in der Luft gewesen Könnt ihr eigentlich Was ist denn, wenn du Leertaste drückst? Kann dir auch springen, die Viecher? Ne Ah, ich hab's gerade mal probiert Wäre lustig Oh nein, hier ist ein Felsen im Weg Äh Ach, die können ja auch drüber steigen Manchmal Wenn die Viecher wild sind, ne? Dann Legen die ja Was weiß ich was für Strecken zurück Die rennen dann einfach mal über den Felsen drüber oder so Ja Und jetzt haben wir ein Problem Hier ist eine Schlucht, glaube ich Eh I'm stucked Komm nicht durch Fackelreiten ist natürlich auch entspannt Ich hab grad den dodo gekillt Ich hab grad den dodo gekillt Wollt den Baum wegmachen Kann man hier oben rum Das geht Oh Der musste auch so eine So ein warnton anbringen wie beim Lkw Wenn er rückwärts fährt Biep Biep Du musst da irgendwo eine Basel stehen So wie du es grad geleckt hat Kommst du nicht durch oder was? Ja Ich wollte hier nochmal ein bisschen Jetzt Bäume aus Langeweile oder? Nö ist das einfacher Ja Ja Müssen wir aber noch ganz schöne Stücke laufen Du Wir werden noch nicht mehr zurückfinden Das wär suboptimal Schräg links können wir lang Da ist Glaub ich Ein Pfad Wir hätten uns ne Markiere auf der Karte setzen sollen Kannst du nämlich machen Ja Aber wir wissen ja selber nicht wo wir sind Also von daher Das kannst du irgendwie rausfinden Achso wenn du nen Kompass hast Weiß ich nicht Auf jeden Fall haben Leute im Chat Irgendwie Longitude und Latitude Angaben gepostet Ja Und konnten sich irgendwie damit navigieren Oh ich bin ja auch gelevelt Guck mal Äh Ja und was crafte ich denn rein? Ich hab auch in Fortitude ein bisschen was reingemacht Aber brauch ich ja jetzt eigentlich nicht Weil das ja kein PvP Server mehr ist Wir laufen jetzt auf das grüne zu Oder auf Das blaue eigentlich da Weil das ist da vorne direkt im Wald Das sieht so aus wie einer von diesen Ja da hast du ja dann irgendwas im Inventar Gegenstände Aber bis wir da sind ist es glaube ich verschwunden Na das ist nicht so weit Wir hatten mal mit dem Dino hier über den Fluss rüber Und danach will ich absteigen und den hinter mir her ziehen Äh Ach hier links ist noch ein gelber Aber der gelbe ist glaube ich level 40 das habe ich irgendwie gelesen also Bestenfalls kommen wir den grünen da ran Bis jetzt schon hin Ja Und du dir mal das grüne Ich reite mal zu dem blauen weiter und guck mal was es da so geht Mit dem blauen das in welcher Richtung Na hier der ist größer hier Mit den großen Also das Obelisken da Für den Fall dass ich mal irgendwann ankomme Das gute ist du verbrauchst kaum Nahrung und kaum Wasser weil du ja selber nicht laufen musst Ja Und das war das grüne weg ist Äh Sieht so aus ja ich sag ja das Ist schwierig zu kriegen Mit dem Hätte er klappen können Hätte er klappen können Treffe ich ihn oder Toll der ist weg Da hinten auf dem Hügel ist es jetzt Ist also gar nicht mehr so weit Ah ja ich sehe es von hier Da muss man sich echt überlegen Abzukürzen immer Ah je Raptor Jungen das würde ich an deiner Stelle nicht machen Zwei gleich Kommt ihr kriegt beide ja richtig Auf den Zeiger Zack der erste ist schon lang Und der zweite auch Ist das immer Meine Güte ey Nie wieder Angst haben Der hat kein Inventar Der hat ein Inventar Ja Steig auf Bin ich noch im TS Bin ich noch im TS Ich gehe mal davon aus Dass es jetzt nicht mehr passiert Dass ich Disconnect habe Aber man ist ja vorgeschädigt Entfernt Bin fast da Siehst du mich nicht reiten Irgendwider Bin fast da Siehst du mich nicht reiten Irgendwider Nö gerade nicht Halt Skorpion Hier immer noch fliegt Was sind das physikalische Kräfte Was sind das physikalische Kräfte Von welcher Seite gehst du rein Von geradezu Links glaube ich So Links gehalten Sehe ich Wände Und so Ich bin noch gar nicht Genau genug Drei